sehr nett von ihnen gleichfalls so ist wie weit ist dein wow sorry ich muss aber dort so zwei so viel zack zack hast du gerade nur chill nein ich mach mal und er hat noch 13 1 14 1 du hast eine Kiste ganz viel Holz ich weiß weil ich war ja heute warm der Kiel und zack ah ja ich muss mal raus ich 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 habe er kaputt die Steine wir brauchen größeren Schlafraum z z aber ich 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 bringe ihn um er bringt mich um er bringt mich um ich stehe kurz davor Leute wirklich wir nehmen ungefähr zu zu ja ja leute woher ich 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 ja ich ja ja j j SZ 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 So, drei stehen da, ne? Das mal irgendwie, äh... wie heißt das? Was willst du sagen? Schienen bauen, damit die verlaufen müssen Nein, oder nachher noch Ding hin Ja, okay Was hat zwei? Der ist ja ganz oben drin Dann muss ich aber ein bisschen umbauen Zweifel Warte Die Beine einfach weg SZ Super, die wieder hinsetzt, war ja ganz klar So Geht Tür ist auf, Tür ist auf Boah Das sollten wir jetzt halt nicht zu oft vergessen Okay Neun für dich Und neun für mich Was, 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 was? Äh, Eisen, Moven Warum krieg ich, hast du jetzt mehr bekommen, oder was? Ja Warum? Es bleibt schön in der normalen Kiste, bis es aufgeteilt ist Alter, komm, du hast, du hast 23 Ja und? Komm, gib mir, schick mir an! Nein Mach du Ja, okay, ich tue einen wieder weg Dann hast du jetzt 13 Okay, gerade Zahl, mach 14 draus Okay Dankeschön Du hast 23 Ja, ich brauche auch nicht gerade nicht so viel Ich spar gerade Ja, du bist doch zu unten Ähm So, warum ist fertig denn jetzt noch? Was ist denn jetzt noch? Redstone, Redstone Dort 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 Zu Ja Das ist alles gleich Ja So 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 So, den wieder weg Den da hin Weg Da rein So Ich will jetzt nicht sagen, dass hier irgendwo Lava sein sollte Aber ich habe, wir haben jetzt echt Glück irgendwie Kandelava in der Nähe Gleich kommt's Oh mein Gott, ich war die Lava Das ist ja nicht gut Das ist der Hammer Oh Wie fühl der Madness noch dabei? Oh Kein, oder? Dann ist mir egal Ich habe heute zwei Dier Sachen bei mir Ja, dann lass mich ein bisschen egal, aber nicht zu sehr Also, dann Beleg uns was sagst Belege ich jetzt gut, was du sagst Ja, oder ja Atmen Atmen Kiste Atmen, Atmen, Kiste, okay Weiß, was ist der Hammer? Wir brauchen jetzt mal Kohle und Schott Los Das hat Doppel-Türscher geschreckt Das wäre ein Sex Aber war es nicht und so Wir haben, wir hatten doch einsam, oder? Ja Bin ich Gott ich mach doch ich mach mal eine Heizkirche weiß was er ist oder das Ding für die er nicht weiß er nicht mehr Nero ein Volk ist er hat Deutsch ja er hat und seit ja es ist halt deutlich hat das finde ich echt gut so ist jetzt ein röber jetzt ja ich wollte ja mehr über die 1.3 punkt ja 1.3 glaube ich heißt ich habe ich habe es immer noch nicht drauf wie die heißt dafür muss ich mich entschuldigen warte welche die bei ja die august rauskommen soll die meine minecraft version es soll nein minecraft version rauskommen am ersten august zu viel ich weiß also wenn ich jetzt über wechseln mit need for speed veröffentlichung 31 august raus wie ich weiß wenn ich verlesen habe und minecraft kann am ersten august raus das wird richtig geil ja also minecraft soll neuerung sein wort ich glaube das lese jetzt gleich mal vor oder ich glaube sein macht wir machen es ein kurzer schüler tut ich mir das außen ließ vor oder macht n gleich m ich verschöner hat unser anwesend anwesend ist schon anwesend eine letze so sieht sie gar aus das muss man und hier brauchen wir uns gut ist es geht ausgutten ausgutten her konnte mit ihren und kannst du so schönes anwesend gesehen dann denn ich komme wer er ist das erste reihe aber die türen stehen die so schön aber oh ja warte ich will nicht mehr in dir spawnen Samma, hast du Angst schul zu werden oder was? bei dir ja das soll jeder die Betten so machen nein, meins bleibt so Crossroads, blow up ja, hab ich auch gelesen und du lasst dir nur einen ab ich kann den Kopf sehen, guck die Tür war zu, okay darfst, was ist darfst, Mann keine Ahnung, darfst darf ich hier auch so, warte, warte wir machen gleich einen Cut ich kann jetzt auch kurz vorlesen ja, mach dann so Leute, sorry, wir jetzt Minecraft ein bisschen kleiner wurde bisschen kleiner ja, ganz, kleines Stück kleiner ähm, wo war's denn, da hab ich's doch da hat er's also okay, ich stell raus, reaktiv, da kommt was, was? guck, auf meiner Kamera, also auf meinem Video ist kein Kieber, ich guck ich extra nochmal um also bei 1.3 soll also bei 1.3 soll Minecraft stabiler werden definiere stabiler es soll nicht mehr so oft abstürzen ja, und weiter es soll im 1. August rauskommen naja, aufgost äh äh ähm ja das war's ähm, ja genau es gibt neue Steinziegel, die äh Circus Stone Pricks Kästchen Steinziegel ähm, ja 17 neue Tränke sollen rauskommen Tränke sind scheiße Tränke sind scheiße also warum ist er nicht cheaper? wow ja, hab ich einfach reingebaut ähm wie denkst du da schon? schon lange oh ähm es soll Mods installiert werden kommt vielleicht erst in 1.4 raus äh also es soll einfacher sein, Mods zu installieren in 1.4 chillig mir C480 418 Musik ähm Cheats von Cheater was? ja, Cheats für Cheater ach, Cheats für Cheater ja es gibt, das wird jetzt einfacher ihr kennt auch alles, singleplayer-comments und es soll jetzt einfacher sein zu cheaten also man braucht diesen Mod nicht mehr ja, was noch? hast du Kohle? hast du Bock Kohle draußen ist Bock Kohle und du bist erst studiert und es gibt der Wett Bonustruhen für faule Crafter man kann fitz, ähm, man kann in 1.3 kann man in Weltoptionen, ähm, unter, ja, unter den Weltoptionen einstellen, dass man am Anfang schon ein Kissen bekommen kann wir haben jetzt zum Beispiel drin, Holz, Apfel, Stock, Brot, Spitzsacke und Axt also die Werkzeuge sind meistens nur aus Holz und auch selten aus Stein was brauchst du? Apfel 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 habe ich nicht habe ich nicht zu verkaufen ja, was noch dazu kommen soll also es soll auch in 1.3 Reisetagebuch dazu kommen kann man über 50, also auf 50 Seiten sein eigenes Minecraft seine eigene Minecraft Geschichte schreiben ok, jetzt hört sich weniger gut an ja, halt Reisetagebuch ja, halt Reisetagebuch ja, was meinst du mit, was fand ich daran gut vorher noch? äh, Reisetagebuch ja, kannst du selber reinschreiben, was du willst zum Beispiel reinschreiben ich bin scheiße wird vielleicht keiner lesen, wird vielleicht nur jemand im Let's Play lesen, aber egal ja, was noch ähm ja, ok warte, mach mir keinen Cut nein es soll was ganz spannendes neues rauskommen man kann bald hat so in 1.3 soll man mit Dorfbewohnern handeln können das soll anscheinend so ablaufen, dass es auch einen neuen Blog gibt Maragderz dann schon kannst du auch sagen Zuschauer, dass das Make-up passiert ist sagt keiner den Kurs ich schaust einfach ähm ja wie ist gerade Eisenschaufel beim Schnee hat kaputt gegangen hast Schnee abgebaut? ja, für Schneemel hast du eigentlich noch irgendwas in deinem Kopf drin aus der Scheiße? ich wusste es jetzt nicht sagen ähm ja, es wird zurück schön, dass ihr mich verpetzt habt meine ja, was war ähm das die neue Währung für das Teil wird Maragd Maragdes sein die kannst du kann man dann durchs Maragderz gewinnen bleib mal grad stehen bitte die Smaragdes sind auch nicht mehr die Smaragdes sind auch nicht wie im Snapshot mehr rot, sondern werden grün so viel ich weiß ja sondern grün oder etwas hinlänge gezogen werden kriegst du kein Damage? ja, krieg ich nicht wie kriegst du kein Damage? was hast du mir für den Humor eingestellt? so, wir machen das kleine Cut also, jetzt, ich will noch ich hab noch ein bisschen was ich hab noch sehr viel das nehmen wir für das nächste Aufnehmen na, ich will jetzt noch eins sagen also ab zu 1.3 soll es auch sollte man auch Teleporter also Teleport-Druhen bauen können die wenn man ähm die irgendwo hinstellt als zum Beispiel in den Nether kannst du was reinstellen und dein Haus da kannst du Rohstoffe hin und her schicken du lass das selber ja, ich hab versucht zu über 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 was hab ich vergessen was ich sagen wollte ja überhören und danke und es soll ein Riesenbiom geben und Dorf Updates ja es soll ein Sandtreppen geben äh, creative 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 mod menü soll verbessert werden und ja Game & Adventure gibt's auch auch bald da 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 so und jetzt mach ich einen Cut wir machen jetzt einen Cut so wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme und tschüss Leute tschüss Leute zäh und dass mit die Vielen Dank.